Hallo und willkommen zurück bei Schnellertes Licht mit Captain Maru und unserem tollen Schiff. Naja, nicht ganz so toll. Sonst wieder fast kaputt. Aber es will man... kann man nix machen. Oh, ich hätte die Waffe zum Thema erwischen. Die gehen nicht dabei kaputt. Oh Mann, warum müssen die immer so ein Glück haben, die Gegner? Das ist doch... was ist doch zum Kotzen. Ja, das ist schön wie mein halbes Schiff hier. Oh, komm. Ah, das ist... So. So. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Jetzt brennt's hier die ganze Zeit. Und die Rocks sind auch noch immun gegen Feuer. Einheil-Damage. Das war's für heute. Schnell weg hier. Das war's für heute. Boah, was war das denn für ein Ultra-Beam? Wollt ihr mich verarschen? Gleich ist vorbei. Diese Drohne macht mich fertig. Oh, mein Gott. Was ist denn das für eine Waffe gewesen? Der Ultra-Beam oder was? Mit dem Rockraum sind wir vielleicht, wenn wir zwei, drei Laser-Waffen durchgehen? Ich brauche einen Laden. Ich brauche einen Laden, sonst bin ich tot. Da komme ich nicht. Da komme ich nicht. Ich muss zum Laden. Ich muss zum Laden. Habt ihr die Waffe gesehen? Habt ihr die Waffe gesehen? Ich brauche es. 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 Aber ich brauche es. Alles daneben geschossen Alles daneben geschossen Alles Das ist so wahnsinnig Das ist ein Zufall-Chunz, ne? Und raus hier, in den Engie Sektor Oh, ja, das ist wenig, naja, beim nächsten Mal sehen wir, wie wir weiterkommen, bis dahin, tschüss